welcome back warum spreche ich englisch willkommen zurück in elex wo wir wahrscheinlich gleich wieder von kaya abgeschoben werden uns verlässt aber schon was nächste dazu zu sagen hat nicht auch nicht na ja dann werden wir eine mission auswählen da haben wir mehrere sachen wo ist mein mate dann was er zu sagen hat wie sieht es in der bastion aus kommen wir voran das hohe aufkommen der scyaniden ist ja eine sache doch wir sind an vielen stellen noch nicht so effizient wie wir sein müssten die skyens scheinen unsere strategischen ziele häufig schon zu kennen noch bevor wir sie in die tat umsetzen können ich habe einen leisen verdacht dass hier irgendetwas nicht stimmt das sollten wir ernst nehmen du machst hier einen guten job ich traue deinem urteil ich kann dir nicht genau sagen was es ist ich würde vorschlagen an einer ganz bestimmten stelle mal nachzuhorchen die skyens reaktivieren viele der verstaubten rechner der alten welt es gibt da ein altes chemiewerk in ignadon von dort wollen unsere kundschaft vor kurzem eine stimme aus einem der lautsprecher gehört haben die von dingen sprach die eigentlich nur jemand aus der führungsriege der sechsten macht wissen kann vielleicht nur spinnerei und ein verdammt dünnes indiz aber grund genug sich das mal genauer anzusehen findest du nicht wo ist der alte mann wo ist dawkins keine ahnung ich dachte er wäre bei dir ach ja warte mal jetzt fällt mir etwas ein er sagte er wollte noch einmal nach dna fragmenten suchen wo genau nun er redet einen haufen technisches zeug und irgendwas von einem hauptformer oder so ergibt das sinn für dich was der hauptformer der skyen steht in marco tja dann ist er wohl dahin keine ahnung ich habe ihn schon eine weile nicht mehr gesehen ich will für die gemeinschaft spenden gut wie viel elixit darf ich verbuchen es wird gespendet nur um kaya zu gefallen habe ich das sehr gut das wird dir anderweitig sicher noch zugutekommen das gefällt kaya nicht ich habe es noch sonst gemacht was gibt es neues aus dava mich erreichte die nachricht dass die skyens unsere welten herzen ins visier genommen haben box dass du das nein doch schwert und marken Okay, lass uns richten, Kaya. Hey, meine Speer vermuten, dass sie für dich geworden sind. Eine Gruppe von jungen Hetzern. Ja, wir hatten das schon. Okay, ne. Weiter! Das ist die Mission von ihm. Da gehts ja richtig ab anscheinend. Was machen wir? Vielleicht kriegen wir dann Pluspunkte bei Kaya. war alles um Kaya zu gefallen, natürlich. Oh, komm raus da. Alles nur um Kaya zu gefallen zur Zeit. Wee! Das ist nicht Berndruck von meiner Spende gewesen. Das war schon mal ein Cliff-Ins-Glow. Cliff-Ins-Glow. Selber Achtung, würde ich sagen. Ah, gute Arbeit, gute Arbeit. Lobt? Hilft Lobt bei dir? Ne, anscheinend auch nicht. Puh! Wie soll ich sie dann beeindrucken? Um unser Kind zu retten. Ich glaube, Nesty wird ja keine gute Stiefmutter sein. Da ist der Fisch. Oh je! Da ist der Fisch. Oh je! Da kann man ein anderes Fleisch als Quelle reinlegen. Das ist effektiv. Oder kleine Tränke. Warum nicht? Ich. Oh, ich schon. Oh, nein, nein, nein! Hau auf! Die Triple-Attacke ist tödlich. Oh! 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 Ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen, hat nichts gebracht. Au, wow. Au, wow. Die Raptors sind so gefährlich. Nein, hör auf, nicht schlagen zu wollen. Nicht schlagen, bitte. Kaya macht einen nochmal weg. Da krieg ich die Haune ab. Warum hab ich den nicht einmal getroffen? Der ist krass. 15 Raptoren. Ach du. Da werde ich hier richtig leidend, weil ich glaube, was sektualisieren gehört. Da auch zu fliegen. Warum? Ah. Da hat sich eine Taste ausgehängt gerade. Das haben wir angelockt. Dass kein Raptor ist. Da versteckt sich doch irgendwo hier einer. So was. Guter Block. Guter Block, Patrick. Hopp. Puh. Der Kampf wird nicht mein Leben kosten. Er könnte man sich fast schon niederlassen. Irgendwie je mit Bauch macht. Ah, er hat mich trotzdem erwischt. Ich hab schon gedocht. Wow. Auf den Kampf bin ich komplett ausgesaugt. Mit Tränken und allem. So, kommt doch. Und die Spetterarmee. Das Ding haben wir mal down. Ja, ja. Ich hab so am kommen. Ich hab so viel verfehlt. Ich hab noch ein bisschen striktischen Punkte aus, wo ich gerade sitze. Ja. Ich muss mit Pfeil dich anlegen. Ja. Gut, 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 gut. Oh, man, wie das Ding da. Ja. Das ist ein Todes-Tunnern. Einfach. Wirklich. Ich fühle mich da jetzt ausgewichen. Jetzt komme ich mir ein bisschen rumkriebschen vor. Einer nach dem anderen. Harder fight. Harder fight. Das sehen wir noch im Moment. Von der anderen Seite Zubi. Er ist noch genug. Keine Perserker in der Nähe zu Hilfe. Was? Was ging es tot? Alles hier drüben nur noch. Ich bin im Busch gefangen. Nein! Nein! Lass mich raus! Wer hat denn diese Viecher da erledigt? Oh, komisch. Ah, die haben sich jetzt auch verteilt anscheinend. Das ist ja... Das hat mich weit gefördert. Das hat mich weit gefördert. Oh! Ich hab schon dran. Das hat mich weit gefördert. 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 Ah! Die machen mich nicht einfach. Juuu! Danke doch. Ah! So viele Angreifer. So viele Angreifer. Dort können wir die nächste Szene rumhopfen. Okay. Der hat anscheinend schon mit anderen Sachen gefeiert. Die haben sich gerade vertraut. Warum ist das Viech da ganz oben? Wirklich. Ja, dann bekämpfen wir alle. Alles, was da ist. Ist doch egal. Wird alles bekämpft dann. Kai hat keine Angst vor Spinnen. Das ist gut. Das betraut mir. Ah! Wenn ich mit Kai rumrenne, finde ich Klebeband. Das muss ein Zeichen sein. Und viele tote Berserker. Die finden wir auch. Keine Ahnung, warum wir so viele von denen finden. Da ist er. Wo rennst du denn da rum? Doch. Gen zurück zu mir. Hier. das geht doch es geht weiter wir sind schon im vordrinnen an bahn scheint leute bei euch ist ein fisch drinnen das will ich hoffen ich kann doch nicht einfach bei euch im forum rennen oder das passiert ich habe es nicht ins warte mal dass wir noch eins drin oder das ist außerhalb von vorher nicht innerhalb das bleibt mit was anderen anscheinend das ist schon tot oder noch größer verdämmter mehr ich hätte fast one shots bekommen da ist ein villa oben bei euch, der kommt zu euch rauf jungs Ich brauche fast Tankgranaten, dass ich da rüberkomme und das überlebe, dass der Händler unten Handgranaten für mich hat. Ich brauche ein bisschen mehr EUV-Damage. Ohne EUV-Damage komme ich da nicht durch. Ihr Junge. Keine Handgranaten abpfeile. Okay, und Jetpack-View. Sonst noch eine Mission, weil ich die halbfertig gemacht habe. Vielleicht wird Pluspunkte mit Kaya sammeln. Kratgranaten auf dem Weg rüberkaufen. Der Krater ist schon beeindruckend. Kaum zu glauben, dass hier mal flaches Land war, bevor der Meteorit Magallan verwüstet hat. Kratgranaten? Nein. Ich weiß wirklich nicht, wieso irgendjemand in dieser Müllhalde leben will. Schau dich doch mal um. Lernen, Handgranaten kaufen. Was ist das? Suche ich einmal nach Hand... Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut, stopp. Handgranate. Eine. Nichts als Diebe, Mörder und Halsabschneider. Gehst du hier einmal in die falsche Seitengasse, war's das mit dir. Und dann lassen auch noch die Mütter ihre Kinder hier leben. Unfassbar. Wann munkelst du, hättest ein paar Probleme, die die Outlaws schwächen könnten? Mann, du machst mir Spaß, du Vogel. Hast du schon gesehen, was sich da oben am Rand des Kraters alles versammelt? Oh, ein paar Rapporten. Seit diese toxische Höllenbrot auf unserem Planeten erschienen ist, verjagen sie die ganzen normalen Viecher aus den Umländern ihrer Terraformer. Und dreimal darfst du raten, wo diese Biester Schutz suchen. Hm. Ja, genau. In unserem Dreckloch hier unten. Am Anfang waren es noch vereinzelte Tierchen. Mittlerweile sind es Herden von Viehzeug, die da auf uns zugestürmt kommen. Wenn das so weitergeht, dann werden wir noch von ihnen überrannt. Dann musst du etwas dagegen unternehmen. Ja, genau. Das tue ich auch. Ich erteile dir hier mit dem Befehl, dich darum zu kümmern. Töte die ganzen Biester am Rand des Kraters, bevor sie unsere kleine Siedlung hier völlig niederwalzen. Was denn? Du willst nicht? Dann hab auch nicht so eine große Schnauze. Ich schick jedenfalls niemanden da raus. Äh. Das war noch nicht alles. Doch, das war alles. Wie viele haben wir? Oh. Jetzt will ich... Jetzt will ich noch mehr Granaten kaufen. Was hatten wir sonst noch hier? Sie mag mich noch immer nicht. Das Sierka. Machen wir zuerst die Berserka fertig, oder? Das ist mit Varek. Ja, jetzt machen wir zuerst die Berserka fertig. Ah ja, da waren wir doch schon mal. Jetzt wo wir Teile haben. Und Ratten das hin. Ratte. Freistoß. Juuu. Puh. Du bist das nächste dran. Jetzt aber. Ah. Das ist mein schwacher Rattenfreistoß. Ja, noch. Ach. Neue Stufe. Dann kann ich mehr. Es geht los. Ja. Da ist Fähigkeiten. Ah, es ist zu wenig. Da ist Fähigkeiten. Was frage ich? Herr Raptor ist richtig tödlich. Wohin wirst du? Nirgends hin. Da ist was Totes. Okay. Nächsten Gegner am Locken. Da haben wir schon mal gelootet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich lass die Einzelnen vernichten. Ich erledige das. Ah, Frank macht viel mehr Spaß. Joni auch. Puh. Einzelnen locken bis hier raus, hier. Ich dachte, hab ich auch noch nicht gelootet. Ich hab mich grad zurückgeschubt. Unerhört. Ich hab mich dann in der Zeit. Oh, das war ja. Ich hab mich noch nicht geloot. das ist exklusiv da wird zu ledigen So viele kleine Gänger zu killen. Du das! Do das! Verleidig das im All! Da schwimmt er einfach mal. Dann werden mehrere schon. Beide sind zu schnell weg, ich hoffe. Mist. Perfekt zu laufen. Ah, wir haben noch alles unter Kontrolle. Hast du was gekillt? Gut, gut, gut. Ausgezeichnet! Wunderbar! Wir spitschen da rum. Ein bisschen unmöglich was zum Treffen. Sehr gut. Sehr gut. Der spitscht doch nur. Der ist zahm. Da haben wir noch zwei weitere. Ein Pärchen. Bleib hinter mir! ... Oh, Tau, they're team. das ist mein erster treffer den ich hier einstecken musste nein, nicht killen mein ziel hängt total aus wo gebe ich diese mission ab das muss kaya beeindrucken was ist, gebe ich die mission links ab wir haben gerade eine kill mission also wird wo weiter gekillt aber die sind ja schon direkt davor die kleinen pücher die sich doch vorhin friert hat ist keine gefahr da kann ich mir gleich den flügelflash einstellen flügelflash flügel wo ist das? wo ist das? verraten auf der tüchangst verraten auf der kleine tüchangst das sind auf jeden fall die idee zu beseitigen raten ja nicht zu weit geflogen sicher nicht dann raten die schaffen wir auch ohne probleme mist 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 was ist sonst noch hier? mehr geflügelfleisch mehr geflügelfleisch mehr geflügelfleisch ist ja lächerlich und ging es dazu was die beferdwerke zu tun hatten ist ja ich habe nicht so warte 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 das pichter nicht dazu das auch nicht okay muss ich das auch nicht das auf nein das ist es das nicht And I kill everything, Forge. Easy. Nicht mal einen Unhalt geschickt haben. Nur Hühnchen. Ratte! Oh, das ist nicht das Beste. Das ist mir fast schon zu viel sinnloses Abflachten von Tieren, die ich auch noch lupen muss. Wo drüben feuchtet ja wer. Na, Gott sei Dank. Muss ich eine Dory Sedan erledigen da. Sie looten auch noch. Die Sicherzellen wieder nicht dazu. Naja. Muss mir ja nicht gefallen, wie sie immer so schön sagt. Da sind ein paar Tote. Das ist noch ewig. Ewig weiter zu gehen dauern. Puh, netter Schlag. Und lebt noch. Krass. Jetzt nichts mehr. Okay. Gut. Komm, wird das schon nice irgendwie. Was sagt die Karte? Die haben sich wieder verteilt. Ich sag, diese Mission ist nicht das wahre. Ja. So, kleiner Abfall beseitigen hier grad. Das ist jetzt eine Mission, wo man einfach nur was zu killen bekommt, damit ein bisschen Zeit vergeht. Ja. Die spielen gerne gar nicht dazu. Na, er regelt schon. Finde fast sicher. Nicht weglaufen. Wird nicht weglaufen. Wird nicht weglaufen. Und dann laufen sie auch noch weg. Das geht ja gar nicht. so viel Tierloot dann sollte ich noch einen Punkt in Tierloots decken können dann wird ein Schwert da sind wieder die Magier mit was handelst du? Willkommen Schatz für mich Nein Nein Oh, ich bin nicht Scheibstoff macht mich hier schon wieder bleib Ein gutes Geschäft Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir Bist du meine Monster gekillt? Ich wollte mich nicht beschweren da rüber Endlich nimmst du Vernunft an Ah, die Moves, wenn er auf einmal einen Gegner zieht Wir haben die anderen schon gekillt Und rot vernichten, Spezialfolge Mit Jax und Kaya, Kaya sagt gerade gar nichts Ah, Kaya sagt doch was Irgendeine Geschichte Irgendwas, wo ich nicht reden muss Ratte Freistoß Ah, sie kriegt nicht die Ratte Das einzige was ich will, ist den Rattenfreistoß Die kriegen doch nicht Wir können sie es nur wagen Ich hoffe, wir kriegen eine Belohnung, wenn er vom Duke wahrscheinlich kommt nur die nächste welle von um gott warum krieg ich jetzt wollte schon wieder im bauch weg machen ein ratten freistoß du sagst nicht etwa was dagegen das sind ich habe die falsche seite ok gibt mir eine belohnung was bin ich hier der kraterrand ist sauber die durch die sky ins vertriebenen tiere sind keine bedrohung mehr für den krater hey du hast es echt hingekriegt ja alle achtung wie hast du ach warte ich will es glaube ich gar nicht wissen dafür werde ich wohl ein paar splitter springen lassen was lieber wäre mir wenn du dich auf den großen knall vorbereitet bald wird die zeit kommen da brauchen wir jeden mann im kampf gegen die sky ins ja ja da mache ich mir gedanken drüber wenn es soweit ist jetzt allerdings habe ich noch ein paar wichtige dinge zu erledigen du verstehst das doch sicher nicht wahr ja ich verstehe ich erledige auch noch ein paar wichtige dinge bis später